Aber er ist nicht ehrenlos, ganz im Gegenteil. Deshalb würde ich auch eigentlich niemals erwarten, dass Rugo wirklich ernsthaft was Mieses kaputt macht. Ich bin auch ein bisschen random. Entschuldigung. Oh mein Gott, er hat mich erschreckt, Alter. Fiege. Also, dass es nichts Schlimmes ist. Das ist normal. So, in 15 Minuten Schluss. Nö. Der kam gefährlich. Scheiße.